Hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ja wir sind hier in einem Posten den wir uns gerade eingenommen haben und hier ein bisschen zu looten und ja wir werden jetzt mal schauen was wir denn hier so anstellen können. Geil. Geh fort? Ja. Ich komme. Was ist passiert? Ich hab von der anderen Seite geschossen. Okay. Mit der SVD kannst du nämlich auch durch Metall und Eis nicht schießen. Jetzt guck mal ob auf der anderen Seite was ist. Schießt da mal mit der Pistole. Ja. Loy. Hast du die 5-7er? Jo. Könnten wir mal gucken. Oh. Schnell weg hier. Wow. Was passiert? Na ja. Guckt doch mal wenn ich hier schieße. Granate fliegt. Guck an der Wand was zu sehen ist. Guck an der Wand was zu sehen ist. Guck an der Wand was zu sehen ist. Bei welcher Wand? Genau bei der da. Bei der Steinwand? Mhm. Krass. Funktioniert aber nicht. Geht nicht durch. Selbst ohne Schaltung kann ich. Hm? Ja. Ja. Tatsache. Ich hab eigentlich... Hätte nämlich quasi eigentlich durch den Türrahmen geschossen. Na egal. Das ist der Geile hier. Also jetzt hast du ja auch die Waffen hier. Dann blockier ich unser Ziel schon mal. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Sobald sie ihn haben gehen sie rein und zerstören den Lagen. Trif vor ein anderes Geschütz. Scheiße das war Paxman. Oh. Wir hatten da schon wieder einen Rebellen erschossen. Ich nicht meine Waffe. Hehehehe. Ich war ganz nett. Ich lag einfach nur auf dem Ding und hab nichts gemacht. Ja. Oh wer sieht uns denn da jetzt? Oh richtig. Ich glaub irgend so'n Typ in nem Geschütz äh in nem Turm wo ein Geschütz war. Ich wusste gerade. Achso du fliegst wieder los. Ich wollte nämlich direkt auf den Raum steigen. Achso. Ich dachte schon du wolltest uns jetzt zurücklassen. Ich betreibe noch ein bisschen Aufklärung für uns. Ja dann gehen wir schon mal ein bisschen näher dran. Haben. Das war's mit dir. Wir gehen mal am besten schnell hier rein. Weil da ist nämlich ein Heli. Das hätte ich schon gesehen. Nee. Oh. Geil von Spiel 2. Markleins. Oh. Hehehe. Ok. Nein. Nein, würde ich nie tun Lass rein, lass rein, lass rein Ich guck mal ob ich den Jedi vom Himmel pusten kann Na cool, der Baum schluckt meine Granaten auf den Granatwerfer Was ist das? Heli abgeschossen Oh Ähm Hast du das gerade gesehen? Nein Der abgestürzte Heli hat mich gerade ein paar Meter weiter weggeschoben Hier vorne ist also ein Heli Das war dämlich Hast du gerade bei dir eine Granate reingeworfen? Ja, ich wollte die eigentlich raushärfen aber irgendwie Ist hier irgendwo hängen geblieben Also in letzter Zeit sind unsere Einsätze etwas laut geworden Obwohl die waren eigentlich schon immer laut bei uns Was ist das, ne? Wir hätten die Granate geworfen Wow, da oben steht ja schon wieder einer im Geschütztum Den hab ich doch eben erst getötet Dreck 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 Genau, wir sehen uns in der Hölle. Wo ist denn der Typ? Hm, da gibt es immer noch mehr Scheiß. Das war's mit ihm. Jetzt. Schloss kurz geschlossen, los. Achtung. Zerstört, weiter im Text. Hab ein Kokainvorrat gesichtet. Die Ladung ist scharf. Hab das C4 scharf. Jo, ist schon alles mit C4 gespeckt. Achso, ich hab eigentlich jetzt alles schon gefeiert, oder? Ne, die anderen haben zwei gefeiert. Achso. Ich muss jetzt nur warten, weil hier gerade ein Zug vorbeifährt, sonst fährt er mich nachher noch platt. Ja, ich komm schon. Sehr schön. Hm. Ich seh auf der Map gerade keine. Obwohl, da hinten hätten wir noch ne gelbe Quest. Wir wissen von einem ungebauten Fischer, Bodnar, Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Binden und zerstören Sie das Labor. Ab zum Heli, Jungs. Ist gut getan. Ja? Ja. Ab zum Heli. Ich glaub, der wollte Auto fahren. Ich hab grad noch meine Skill-Points. Großfeld. Äh, ja. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Warte. Ich spare mir die noch ein bisschen. So, und jetzt geh an die Waffe. So. Jetzt kann man spratzen. Er macht wieder alles kaputt hier. Warum sind wir verdächtig? Ich weiß es nicht. Ich hab mich drüber. Ich hab mich drüber. Muss ich es jetzt erstmal alle über Kokainweiß kriegen? Ich find die Blitze so cool. Das Wetter. Das ist echt ein geiles Spiel. Okay. Komm schon mal. Komm schon mal. Auf einer Insel? Ja. Oder am Hafen oder so. Ja, müsste eine Insel sein. Ja. Genau. Wollen Sie doch anders schießen oder? Das ist leise. Wir könnten es ja mal leise probieren. Ja. So. Jetzt müssen wir nur irgendwie Gegner sehen. Äh. Ich seh da oben was, aber der Heli wackelt zu sehr. Ich habe nicht gegner. So, der Sniper ist schon mal weg. Ich bin vielleicht nicht mit dem zweiten. Ja, ich krieg jetzt. Da ist noch ein Sniper. Da ist noch ein Sniper. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Ja, ich schwimme mal kurz zurück. Schade. Ich dachte, man könnte sich vielleicht auf das Boot draufstellen. Von da aus Snipern, aber das klappt leider nicht so ganz. Das hat aber gerade ein bisschen gedauert, bis die Kugel angekommen ist. Aber das Dorf ist die zwei nächsten Ziele. Das sehe ich von hier nicht. Das müssen wir mal mit dem Wirtchen nennen. Schön. Das war ja wohl nix. Kamikaze! Vorsichtig, lass es rein. Anhalten, 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 Kränzen. Ich stehe, ich stehe. Boah, das wurde gemackelt. Sehr schön. Wo ist denn? Alles okay, alles okay. Ich habe alle die noch markiert, oder? Ja. Am besten aber kein Ausschalten, wo mehrere direkt dran stehen. Hier links kommt jetzt einer am Felsen. Vielleicht kriegst du den schon. Am links am Felsen. Direkt links, links, links vor uns. Direkt links vor uns. Ja, ja, ich sehe schon. Der da. Der läuft aber noch mit dem anderen gegenüber. Läuft der da hinten. Der da hinten. Er ist sich gekreuzt. Oben rein. Ich nehme mal den mal. Dann. Sehr schön. Ich nehme mal den mal. Kannst du von da aus noch was beschießen? Ja, einen könnte ich noch. Scheiße. So sollte es eigentlich sein. Ah, der eine ist jetzt allerdings alarmiert. Ja. Kriegst du den von da, oder soll ich weiterfahren? Der kommt jetzt rum. Warte mal. Komm, Oto, kommt wieder hoch. Nein, komm. Warte mal, ist da noch einer? So, ich glaube, der EU da hinten ist ein Sniper. Der hat uns gerade entdeckt. Ja, deswegen bin ich auch lieber losgefahren. Ja. Ja, wollen wir uns einfach von jeder Seite. Vielleicht nochmal nach. Ach, ich glaube, hier kann man gar nicht hoch, oder? Doch, da ist eine Treppe. Ach, da. Ach, steckt noch langsamer so ein Auto aus. Alle down? Ja, let's see the down. Ja, irgendwas ist hier noch. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Heli gefunden. Das ist auch schon mal was. So, da hinten. Aber ich bin nicht mehr seiner. Ja, ja, da ist irgendwo einer. Ich... Alle tot. Nee, hier ist noch einer. Da oben. Ich sehe noch nicht genau, wo. Oh, jetzt habe ich eine Markierung ganz Wasser gesetzt. Die Drohne ist oben. Irgendwo muss da einer sein. Das ganz strummt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Toll. Dann rennen wir wie Teufel. Ach da. Haben gefunden. Steht hinterm Felsen. Der wird uns, glaube ich, nichts, äh... Anhaben können. Granate, frisst das, motherfucker. Granate fliegt. Ich bin das nur. Brennt. Wenn ihr es benötigt. Erledigt. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hoch geht. Zeig an, wo. Bewegt euch. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Sehr schön. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich kann fliegen. Und? Mach wo? Kaboom. Ja, und an der Stelle machen wir dann noch erstmal Schluss. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Also, haut rein. Was in die Luft und der Tag ist dein Freund. El Emissario wird schnell reagieren müssen, sonst teutet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Wir machen ihm Feuer unterm Arsch, bis er springt.